So werden wir uns hier noch ein bisschen die Zeit vertreiben. Mal gucken ob wir den Tausender noch vollkriegen. Dann jebt die 52. Rote Brillis. Rote Brillis. Ah, da nehmen sie. Schade. Oh, es kloppt den Tresorin. Ah, keine Lust mehr. Ja. 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 das auszahlen und dann ist gut aber nicht alles wieder versenken hier